Geht aber auch. Kann ja jeder sagen. Ja, spätestens wenn du dann in den Kreißsaal kommst, dann wird sie schreien. Ja. Komm schon, guck dir die Punze an. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, ist das normal? Sie will ihn ein bisschen gar nicht sehen. Das ist eine neue Uhr. Das ist eine neue Uhr. Wie, lass mich hier nicht alleine. Wirft Karten durch die Gegend. Oh. Oh... Charlie sagt, sie soll einen Wangerschaftstest machen. Was ist das? Kind wurde geboren, er war ein Jahr im Knast. Hä? Du musst mir vertrauen, Carol. Kannst du dich dann bei dir mit reinhauen, oder wie ist das? Ja. Ja, dann... Okay, hast recht. Ich hab grad mein Baby auf dem Arm. Soll ich das mitnehmen? Einfach aus Fetzer schmeißen und los. Ja. Ich hoffe, sie sagt, pass auf dich auf. Wenn nicht, dann geht was schlecht. Äh, geht was schief. Geh einfach. Go. Ich hab nur ein Glück, dass unter dem Fenster leider leider knapp ist. Äh... Oh! Äh, willst du mal losreiten? Verdammt! Ich dachte, warum rennt denn der nicht? Wieso nicht beim Fußball, Alter? Was macht die Alte da? Hallo, Paul. Paul, Paul! Ich bleib da stehen. Ich dachte, du kommst von da unten an gerannt. Ne, ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, da bist du. Ah, da bist du. Slapsticks oder was? Was hast du? Slipstick! Hey, yo! Oh, oh, oh! Oha! Ja! Er hat drauf lag. Ich prügel mich irgendwie gar nicht mit dem Kopf. er hat immer die selbst methode er sieht deine nase quick um das zu oh hier ist eine op Okay, herzlichen Glückwunsch. Äh. Äh, immer nur so kurz bei mir hier, ey. Das Spiel vertraut mir nicht zu. Oder vertraut mir nichts an. Okay. Oh, so dann seit man sich's auch cool. Ja, das ist geil, ne? Ah, jetzt. Tekken, ey. Wir haben eine Runde Tekken spielen. Ach so. Ach, ach. Naja, heute gerade. Oh ja, ja. Oh, ach. Das sieht sofort geil aus. Hehehe. Noch mehr? Oh. Oh, ach. Nicht schlecht. Oh, ach. Oh, ach. Oh, ach. Nicht aufs Knie. Das, das, das da. Da fühl dich mit, da fühl dich mit. Ja. Du vermöbelst dir die ganze Belegschaft, ey. Das ist glaube ich nicht die Belegschaft, das ist nicht Security. Was ist da los? Ich seh nicht. Boah, war netter. Dankeschön für 20 Euro. So. Vielen, vielen lieben Dank. Mensch, was tut ihr heute? Mein Herzchen geht raus. Oh, du darfst sie dann. Oh. 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 So. Ich hab' gesehen, wenn der Knie so eingekehrt ist, mach' ich mal den, das Goal an. wie habe ich was gedrückt ich dachte es ist nur eine sequenz wie geht denn die leute runter leise leise sicherlich er ist schon wieder hier ich komme hier gerade raus ja du bist wieder okay 74 euro jetzt bereits danke noch mal was glaube ich nicht okay wir müssen ja auch mal zeigen wie man es nicht macht eigentlich ja können wir da noch mal anfangen ich glaube wenn ich die alte hier anspreche na gut dass die frau nicht angesprochen haben we have two fugitives at large in the hospital right now i know i know my colleague just called me i think it's these two guys in the paper yes you seen them at all no are they dangerous in any way if you see them you make sure you stay safe stay away and call for any of us okay will do let me know if there's anything else i can do to sure we'll be patrolling this way for now so we'll be close by see you hear anything suspicious at all and let us know okay of course officer thank you stay safe man yeah 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 natürlich war es gar nicht was doch unten ist einfach springt ja das stimmt schon ich bin ja da ich komme das wird doch nichts ich glaube dass wir wieder los schade hätten ruhig noch ein bisschen langsamer machen können ja was macht er da aber treffen das in der kopf das ist wie die stormtrooper für star wars unglaublich wie fährst du denn kleines ding du bist sicher ein guter pilot, oder? ja, ziemlich sicher komm mal, du weißt, ich bin kein Fan der Heiz keine Angst, Emily ist ein guter pilot sie war praktisch auf dem Plan ich bin zu sehen, wenn wir kurz vor dem Flug noch ein paar Spreisarbeiten machen muss naja schön wie geht's denn? gut hey, leo, nice to meet you you too so, you're a friend, I guess yeah i hear you're a good pilot oh, I don't know about that, but thanks okay Emily, does this thing fly? what, does it look like a fucking bike? of course it flies haha where we going? Mexico Mexico Mexico? Mexico 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 I'm not flying to Mexico Emily you know I always pay you good if you want to go to Mexico you're gonna have to pay me way more than good we'll pay you double just take us there double, huh? you good for that Vince? yeah, yeah us what? where are you going? where do you think? Mexico oh with some Prero off come on Harvey you've got to believe me I'm telling you the truth I would never say anything I would never do that you know that and I didn't say anything they tried to give me to say something but I didn't because that's not what I do you know that you've got to trust me Harvey I promise, please please let him go oh thank you thank you oh god you're doing the right thing Harvey you're good Harvey good man thank you so much thank I would never miss him what are you thinking? we need more men he's coming got it we need more men all 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 oh wait what no all 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 jetzt kurz gut auf meinen links gefallen hier auf diese matte hier aber das sind ja schon zwei drei römmlicher drin ist das ist nicht so schlimm Falschirm oder landen? Falschirm. Falschirm. Die ist doch immer mein Weg. Ja, er hatte Höhenangst. Ja, du fällst. Du ziehst halt nur an der Schnur. Was siehst du? Du ziehst halt nur an der Schnur. Ja, wenn du willst. Muss man nicht, ist richtig. Muss wirklich nicht. Ich weiß nicht, würdest du das machen? Nicht alleine. Ja. Mit so einem Partner, der dann... Dann ja, aber oh, guck mal wer da ist. Na, Schalli! Du geile Sau! Guten Abend! Guten Abend! Grüß dich! Ich hoffe, bei dir ist alles Bingo. Benzin unterbrechen. Benzinzufuhr unterbrechen. Nee, Stockbruch rollen. Blablabla. Alles Bestes bei uns hier. Alles Bestes. Keine Prügel ein Krankenhaus, aber sonst. Erstmal Hände waschen, um was zu süppeln. Da hab ich so hier grad auf, wie Wasser zu bekommen. Aber... Hat er sich da die Hände dann untergewaschen? Ich dachte, er trinkt einen Schliff Wasser. Er hat sich hier die Hände gewaschen und Wasser getrunken. Also er hat quasi den Dreck getrunken, außerdem, denkst, ne? Ey! Ja, aber bei mir hat er auch sich die Hände gewaschen. Eine Scheißteil. Dankeschön. Echt? Eine Wasserspender, ja. Ey, danke für 200. Oh, Schalli, danke für dein Abo. Oh! What the fuck is this? Vielen lieben Dank, ihr Süßen. Oh! Was hast du denn da Schönes? Oh, ein Hype Train, nerzig. Was ist denn jetzt los? Ey, mir, dankeschön. Oh, das ist mir befordert. Hehehe, jetzt geht's wieder los. Hey, wo war's denn? Hallo Andrea, ich grüße dich. Jetzt schreibst du da, da. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Was ist denn hier? Du hast wieder befordert. Mhm. Junge, Hype Train, das ist glaube ich das dritte Mal jetzt, ne? Hype Train. Was, was hat er gesagt? Geht nicht, sagt er. Also du musst vorher den Hahn abdrehen, aber willst du mal kurz herkommen? Ich hab da was Schönes gesehen, das... Ja, ich komme. Andrea, mir geht's gut. Mir geht's super. Wie geht's dir? Bei dir auch alles gut? Was ist das? Es ist ein Arcade-Game. Was? Es ist ein Arcade, Mann. Komm mal, wir spielen, ich zeige dir. Sure. Achso. Don't go cryin' if I beat the shit out of you, though. Oh. I won't. Ne. Eh. Mike! Ja. Die Kamera hier durcheinander. Alter. Oh, Alter. Egi. Fünf Subs. Wollen wir weiter, Egi. Egi, danke. Oh, Mann. Egi, danke für fünf Subs. Jetzt bin ich ja mal wieder komplett lost, Alter. Egi will nur seinen Zug behalten. Oh, Mann. Scheiße. Yes, Baby. Habe ich ihm Danke gesagt? Ich weiß immer nicht, wie oft man Danke sagen soll, dass das angemessen wirkt. Mindestens einmal. Ja. Mindestens einmal. Sabrina. Onefire. Tiger Orb. Pyrofreak. Und Anwol. Keine Ahnung, wer das ist. Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Vielen lieben Dank, ihr Süßen. Ich dachte, ihr seid doch verrückt. Ey, vielen Dank für den Biddy. Warte mal, ganz kurz. Ich muss mal hier wieder den Bid geholt. Alter, 220. Ich komm mal wieder noch in Holzkiste. Boah, zuwider. Ey, du nimmst deine Kiste auch immer mit hin, oder? Ja, ja. Ja, 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 ja. Komm, Egi, dafür gibt es einmal Nebel. Oh. Oh. Oh.